Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis es wieder weiter ging. Ich habe ja gesagt, es kann sein, dass es unregelmäßig Folgen kommen. Das wird auch weiterhin so sein, weil das Internet hier nicht so gut ist. Es kann auch mal sein, dass das Internet mal abschmiert komplett. Also, deswegen mal schauen, wie ich gut zum Aufnehmen komme. Nichtsdestotrotz schauen wir mal. Wir reparieren einmal bitte den Wagen. Und machen natürlich erst mal die Nachrichten. Kommt ihr und... Ja, Stock ist besser. Er ist immer ein letzter Folge Meister geworden. Hat jetzt 27 Punkte Vorsprung. Dadurch ist er nicht mehr einholbar für Stock... Äh, ne, für Coogee. Und dann hier. Ich habe keinen Heber. Was soll das? Ich brauche einen Heber. Ja, komm, machen wir dich als... Aber der Heber ist eigentlich doch gut. Warum soll ich einen schlechten Heber einbauen, wenn ich einen guten Heber habe? Also noch einen relativ fitten Heber. Ähm... Ich packe den da rein. Und tausche die beiden. Ja, besser. Einer kann sich noch ausruhen. Das ist dann... Ja, so. So sind alle mal ausgerutscht. Ja, so eine Position fehlt eigentlich da noch, ne? Dass man die noch besser austauschen kann. Aber... Das geht nicht. So, von Flügel ist fertig. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben noch einen repariert. Startwerten repariert. Und Sponsor. Ach, Nippon. Nee. Dafür sind wir zu gut. So, wie kriegen wir dich jetzt? Leistung und... Dings. Wir packen alles so ein bisschen... ...irgendwie rein. Die Leistung sollte schon... ...richtig stark sein. Ob wir natürlich einbauen könnten, ist dann eher... ...so ein Nebenprodukt. Aber wichtiger ist ja, dass wir die Leistung da haben. Ah, komm, Special Effect. 14 Millionen. Das Geld haben wir fast safe am Ende der Saison. Und neue Heckflügel... ...äh, Frontflügel. Ob wir uns natürlich nach oben schießen, glaube ich, eher weniger. Zumindest nicht aktuell. Gerade in Leibsing. Also jetzt... Ist Kujin nicht schon längst verheiratet? Ach, komm, doch mal. Immer heiraten. Hier wird immer geheiratet. Guck mal, jetzt sind ja nie ganz viele Entscheidungen noch getroffen. Die Leistung ist abgeschlossen. Wir sind sogar Erster, glaube ich. 2,9 Prozent. Perfekt. Wir sind, glaube ich, der Erster. Da gehören wir hin. Natürlich. Auf der Frontflügel ist erster wieder. Ha. Nur Moto ging halt leider nicht. Nicht so schlimm. Wir gucken mal kurz. Also bei uns ist alles safe. Lan muss schon ein extrem gutes Ergebnis holen. Ähm. Damit noch Panther absteigt. In der Asia ist Chirot. Eigentlich fast safe aufgestiegen. Und Oktane, Otsu und halt auch Zampelli haben noch die Wahrscheinlichkeit abzusteigen. Im European, ja. Silver ist safe aufgestiegen. Aber guck mal, Bodata konnte sich auf Platz 3 sichern. Momentan. Also gegen Dragon hat er noch ein kleines Kämpfchen. Da ein Fünfter und davor Zweiter. Zweiter war das Beste Ergebnis, was sie jemals geholt haben. Aus eigener Kraft. Die waren da auch schon sechster und sind dann auf dem letzten Platz zurückfallen. Ey. Evans fährt da immer noch? Seit wann fährt Evans nicht mehr bei... Äh, Britta. Ich glaub, sie allzu gut geworden sind. Kann das sein? Er mit zwei Siegen. Ja. Da war also 2026 die erste Saison, wo... ...er nicht mitgefahren ist. So, auf nach Japan. Also von mir aus darf Okuji wieder sein Heimrennen gewinnen. Ich glaube, dann geht er zumindest zufrieden in die Winterpause. Aber es war zumindest mal deutlich spannender für die Teamkollegen als in der letzten Saison. Also im vorletzten Rennen ist die Meisterschaft zu entscheiden. Hat der... ...hat Storks eigentlich relativ spannend machen lassen. Er hätte eigentlich... ...wenn man die Ergebnisse sieht... ...war es eigentlich nur so lange offen, weil halt... ...Kuji immer Zweiter geworden ist. Ja, ja, ja. Entweder bin ich blind. Yokohama-Strecke B. Bitte die harten Reif testen. Eigentlich harte Reif. Wir können die Mediums testen. Aber ich teste erstmal die harten Reif. So. Renntrim. Acht Runden. Ab dafür. Fahrer. Da merkt man immer, wenn man gerade eine Aufnahme startet, dass das Ding immer auf... ...Ding steht. Quali drin. Ob es Session wird, muss ich gucken. Wäre mal angebracht wieder. Ich muss halt immer schauen, wie ich jetzt gerade ein bisschen Zeit finde, weil... ...wir ist noch ein bisschen Chaos. Aber es hat sich verbessert. Aber... Ich glaube, jeder, der schon umgezogen ist, weiß es, wie das manchmal so ist in den ersten paar Tagen noch. Die sind auf den harten Reifen fast genauso schnell... Geht die an. Wo Fahrer da schon mal reinkommen. Setup ganz in Ordnung. Geht auch jetzt auf Quali-Trim. Und die Geschwindigkeit hat mehr Beschleunigung. Reif. Medium. Und bei Stock ist... Oh, ach da... Oh, ja, ja, ja. ...ich kann der Frontflügel machen natürlich uns deutlich stärker. On, 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 komm. Jawohl. Er hätte gerade eine neue Bessert gefahren, aber viel wichtiger ist, ein besseres Setup zu haben. Und vor allem, er hat zwar den Speed gut, aber der Rest des Autos nicht. Deswegen machen wir ein bisschen mehr Flügel. Den Wagen ist härter und die Geschwindigkeit versuchen wir auf den gleichen Punkt zu lassen, weil im Ausdruckzeitschule die Geschwindigkeit, die wollen wir behalten. Ab dafür. Normalerweise sollten wir jetzt Agnello überholen können. Das schafft Fahrer schon von alleine. Das schafft Fahrer sogar schon. Ei. Der Junge doch, also, der kann noch einigermaßen was. Oh. Okay, ich bin wieder Stocks ex... Ähm... Das sieht doch nicht so gut. Aber kommt doch. So, du darfst noch mal Qualitrim mit den gleichen Reifen. Du fährst eins und nochmal raus. Stock kommt auch in die Box. Das Setup ist besser geworden, gleichzeitig ein dick schlechter. Jetzt machen wir den Wagen härter. So, perfekt. Auch hier Qualitrim, aber auf den Softreifen. Das heißt, ein bisschen mal die Softreifen optimieren. Ja, der Ring ist zu stark, ne, um Trockenreifen zu trainieren, wichtig. Das ganze Qualitrim ist da ein Stück wichtiger. Ja, die Mediums sind noch wichtiger. Sieh bitte nochmal die Mediumreifen auf. Die müssen wir jetzt schaffen irgendwie. So, 15%. Oh, beide kommen rein. Setup sehr gut. Qualitrim, Softreifen. Gleich schon nochmal hier bei... Bei beiden. Das war jetzt halt unnützig, den reinzuholen, ne? Von 5% wäre noch sehr gut, wenn man das schaffen würde. Stopp. Kommt, überliegen. Perfekt. Ist der Regen so stark? Oh, mein Gott. Ey, der Regen war super stark. Ey, sonst bin ich froh, dass wir drüber gekommen sind, ey. Guck mal, Phara und Fox, gleiche Zeit. Sonne. So, weiche Reifen, mittlere Reifen. Ne, wir nehmen natürlich die weichen Reifen Qualifying. Für den Endspurt. Wir starten jetzt erstmal mit angefahrenen, harten Reifen. Wenn die Zeit reicht, alles gut. Wenn sie nicht reicht, dann müssen wir nochmal nachlegen. Mit angefahrenen Software. Wir sind ja nur leicht angefahren, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Gegen kommt auch keiner. Perfekt. Super Voraussetzung. So, Kugi. Ich erwarte, dass du stockend guten Kampf im letzten Rennen liegst. Vielleicht gewinnst du ja. Ja, für uns geht es um nichts mehr. Klar, wir könnten jetzt zwei Saisons in Folge alle Siege holen. Ich glaube aber so langsam wünscht man sich, dass man auch nicht mal ein Rennen nicht gewinnt. Aber bin ich mal gespannt, wann das mal passiert. Das passiert dann wahrscheinlich erst, wenn wir beide ausfallen. Also beide fahren. Also, dieser Saisons in Zeit dann kurz mal so aus, als ob das passieren könnte. Mit Capture. Eine sehr schwächere Phase von Stop. Na, Kugi muss aufpassen, wenn die anderen nochmal nachlegen. Er ist auf Platz 11. Also, wir könnten riskieren. Ist aber auch sehr riskant. Das sind nicht alle draußen. 1, 2, 3, 4, 5. Wird eng. 1, 2, 3, 4, 5. Boah. Es hat sich ausgezahlt. Reifensparen ist doch gut. So, jetzt kommen die Mediums ins Spiel. Die frische. Mal wieder. Ist klar, wir könnten auch die Harten verwenden. Ich glaube, es ist doch möglich für uns mit den Harten uns zu qualifizieren, weil man sieht Stock auf Platz 5 mit den angefahrenen Harten. Hm, das macht das Ding ja noch interessanter, ne? Der Regen. Der Regen macht alles jetzt interessanter. Sollte nicht zu spät oder auch nicht zu früh rausfahren. Manche werden auf jeden Fall ihre Zeit nicht mehr verbessern, weil sie halt nicht mehr rausfahren. Da bin ich fast nur überlegen, wirklich mit den Harten Reifen zu starten ins Rennen. Weil da jetzt hätten wir halt die Chance. Ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich, wenn es dann so wäre, dass es am Anfang des Rennens regnet, ne? Wir hatten ja, glaube ich, irgendwann in einem City, glaube ich, wo wir die 5 Runden trockenen Reifen genutzt haben. Oder 3 Runden nur. Aber dann so halt Zeit wegballern konnten. Also keine Chance hatten. Nur die Frage, wie viel wir rausfahren. Es sieht so aus, als ob alle rausfahren. Das ist natürlich jetzt schlecht für uns. Fuji erst mal auf Pole Stock noch mal deutlich schneller. Das legt jeder nach, ne? Das ist jetzt nicht erwartet. Müssen wir hoffen, dass es ein Sneakers genickt bricht, jetzt mit den Harten Reifen zu probieren. Der wird es jetzt auch nicht geschafft. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das Heer sieht es sehr gut aus. Also Stock ist safe weiter. Und Fuji, würde ich langsam sagen, eigentlich auch. Yep. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit den Harten Reifen uns für das Q3 zu qualifizieren. Ich glaube, es hätte am Anfang der Saison auch schon mal gereicht. Aber da war ich mir nicht ganz so sicher, ob ich es wirklich mal riskieren sollte. Boah, Agnelo, der Top-Favorit auf die Pole Position. Wenn man Q1 und Q2 betrifft. Und auf die Soft Reifen. Okay, man muss auch sagen, wir haben nur 5% auf diesen Reifen. Aber trotzdem sind wir eigentlich nicht weit weg dafür, dass wir die doppelt härteren Reifen fahren. Kein Regen, 2 Versuche. Viel Spaß, Leute. Ich muss sagen, Q1, Q2, Q3 ist schön. Aber ich glaube, auf Dauer ist es irgendwie doch nicht. Dieses kurze Ding ist besser. Okay, noch interessanter wird natürlich sein, wenn das Feld umdreht. Ohne Qualifying. Ich glaube, das Ding ganz wirklich noch interessanter. Weil dann die starken Autos versuchen müssen, durchzukommen. Du kriegst halt nur keinen Bonus dann. Nee, du kriegst einen kompletten Bonus, wenn du durchzuzählst. Oh, QG-Stock. Wer packt das? Das ist erstmal QG. Und 1, 2, 1. Da kam der Top-Favorit auf die Pole nicht dran. Wir waren deutlich schneller. Ich gucke nicht, was ich mit dem KF mache. Oh ja, ich bin gerade so ein bisschen provisorisch hier eingeschüttet. Beide kriegen nochmal eine Chance, aber noch ein bisschen warten. Wir wollen ja gleiche Voraussetzung. Diesmal darf QG nämlich vorfahren. Im ersten Versuch war es nämlich Stock. Jetzt kommt QG. Ja, wir haben noch genügend Zeit auf der Uhr. Hier auf Platz 3. Oh. So ein Krüver ist Vierter, ne, in der Teamwertung. Also Steinmann muss auf jeden Fall aufpassen, genau wie Panther. Die sind langsam arg gefährdet, um nicht reinzukutschen. Also Panther ist schon länger hinten drin. Also kein richtiges Top-Team mehr. Und Steinmann jetzt durch die Regeländerung vielleicht auch mehr Probleme jetzt. Stock. Ui, das wird hier eng. Wenn Stock keinen guten letzten Sektor hinlegt. Hat QG die Pole im Heimrennen. Schon wieder startet QG. Nee, QG hat letzte Saison glaube ich nicht vom Pole startet. Tja.